Moin Moin, wir zocken mal wieder eine Runde Minecraft. Ich hoffe ihr habt das Weihnachtsfest alle gut überstanden. Sind noch ein paar Tage, dann geht das neue Jahr wieder los. Das wird auf alle Fälle jetzt das letzte Video sein, das wir drehen für dieses Jahr. Und ab nächstes Jahr geht es dann direkt wieder los. Wir wollen auf alle Fälle gleich im Januar noch mal Horken drehen und dann noch ein paar andere Spiele. Falls ihr irgendwelche Spiele haben wollt, die wir euch mal zeigen sollen, weil ihr irgendwelche Interessen habt, sagt ihr hier, ich würde das Spiel mal gerne sehen, schreibt es einfach mal in die Kommentare oder nehm Privatnachricht und dann passt das. Gut, wir spielen wieder Minecraft Hunger Games, mit dabei ist der Mechanic. Und ja, gucken wir mal ob wir das mal hier schaffen. So. Dupdupdup, die Runde geht auch gleich los in 30 Sekunden. In der Böse. Ähm, ja dann würde ich erst sagen, laufen wir Richtung Wald, wa? Ja, am sinnvollsten. Guck mal, dass du, wenn du auf dem Weg zum Wald bist, dass du schon mal ein bisschen Gras mit aberntest. Vielleicht können wir ja ein bisschen Mais oder sowas anpflanzen, hier ein bisschen Stroh. Ja, wenn die Runde genauso schön ist wie die letzte, dann brauchen wir das nicht mehr. Ja, gut. Guck mal, die rennen hier mit dem Superman-Kostüm rum. Oh Gott, der ist schon den ersten Blitz eingeschlagen gerade. Da ist ein Hühnchen! Hühnchen! Checken! Bleib doch keinen, lassen wo du bist. Ich bin Richtung Wald gelaufen. Links! Ich tue... Alter, der leckt übelst krass gerade. Der leckt so krass. Oh nein, ich wäre fast in die Tür, oder? Hast du ein bisschen Holz damit? Leider keins bekommen. Wir müssen uns dann auch ganz schnell aus der Gruppe hier verpissen, weil sonst wären wir gleich weggebasht. Ein Holzblock habe ich? Hm, ich auch. Bei? Die klauen mir meine Blöcke, die wichser. Äh, ich lauf ein bisschen weiter, scheiße. Ich lauf ein bisschen weiter nach rechts, ja? Rechts ist relativ, ja, in dem Spiel. Na ja, von dem Startpunkt aus, wenn du in den Wald reingeguckt hast, konntest du dann entweder links oder rechts... Und dann bin ich jetzt... bin jetzt rechts vom Wald gelaufen. Wenn nicht verpiss dich, dann hau einfach ab. Dann treffen wir uns später nochmal. Ich hab jetzt 5 Blöcke, ich hau jetzt ab. Ich renne jetzt quasi Richtung Sonne. Ich renne einfach Richtung Sonne. Oh Gott, hier ist eine Kuh, ein Riss. Hüp. Warte, ja? Gut, dann bist du fast in der Nähe. Wer bist du doch? Los, halt, auf geht's. Lauf, 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 lauf. Hast du überhaupt irgendwann zuerst mitnehmen, oder? Ne. Lauf, immer laufen. Einfach. Rennen um dein Leben. Wer folgt? Wo bist du hin? Ich bin unter der Erde. Bist du unter der Erde? Warum bist du denn jetzt runtergegangen? Weil du hast Angst ab. Ja, okay, komm wieder raus. Ja. Hier drüben ist eine Höhle, da geh ich jetzt rein. Lauf mal weiter Richtung Sonne, da kommt dann eine Höhle. Oh, hier ist, hier ist Eisen. Das ist mal eine richtige Höhle, Johan. Aufpassen, dass du nicht runterfällst, wenn du hier rin kommst. Das spaltet eben noch. Eine Maus versagt schon wieder hier. Ich bin neu. Ja, nee. Ich seh nichts! Bei Lava? Alt und Dunkel hier unten. Da ist Kohle. So. Jetzt nehmen wir aber wenigstens was hier. So, ich hab jetzt mal jetzt schon mal ein Steinschwertbeugel mal schnell. Bitte, er gibt mir richtig auf den Sack gerade, oder? Ja. So, ein bisschen Kohle habe ich schon mal. Ich brauche halt zu essen. Irgendwie. Ich sehe dich in der Nähe. Ich will schon mal was. Eisen habe ich hier auf alle Fälle. Mann, meine Scheißmaus, Alter. Ohne Mist. Ich sehe hier nichts, ey. Stockbooster. Ich komme mit einer Holzhacke hier zu und wundere mich, warum die Zeug mehr abgebaut wird. So, wo bist du? Bist du hinter mir? Ne. Ich ziehe mich hinter dir. Vier sich mit Spieler noch. Ne, ist schon mal sehr gut. So, jetzt bauen wir mal schnell einen... Also, ohne Mist, ich hätte mir echt mal zu Weihnachten neue Maus kopen sollen, als ob was andere. So. So. So, die ersten neuen Eisenwaren schmelzen ich schon mal. Ich kann mir schon mal ein Schwert basteln. Leist, schmatt. Bist du unter mir? Bin ein bisschen weiter unten in der Hölle. Ich sehe da unten Lava? Ne, leider nicht. Wie, leider nicht. Ich hab gesagt, ich sehe da unten Lava, du sagst, ne leider nicht. Ich hab verstanden, ob ich da Lava sehe. Ne, ne. Geht mir da hin, verzeihe mir. So, 55 Spieler noch. Naja, haben wir doch schon fast die Hälfte geschafft. Jetzt wieder hochkommen, dann haben wir auch wieder 11 Eisen. So. Lecken tut's trotzdem ein bisschen, muss ich sagen. Ja, passt drauf rein. So, bist du weiter unten wieder? Ich bin, ne, ich renne da, ich bin da, ich hock da oben rum. Soll ich runterkommen, oder? Ich will wissen, wo der Ofen steht. Der Ofen steht bei mir hier oben, hier wo ich bin. Oben. Oben. Ja, ich kann aber runterkommen. Ne, wenn du oben bist, dann steh oben. So, ich bin da oben und da ist nix. Ja, super. Ja, wo bist du denn oben? Ich bin, ne, ich bin ja in die Ritze, in die Höhle, in die Rand. Da kommt ein Spieler. Was kommt ein Spieler? Laut, laut, minimap. So, ich hock hier direkt an so einer Rille dran und kann halt direkt... Und du bist in meiner Nähe, sagst du? Hab die vorhin gesehen, jedenfalls. Hm. Waren noch Zeiten damals. Mein Problem ist, ich brauche lange noch was zu essen, sonst war ich Hunger hier. Okay. Ich glaube, wir gerne noch ein bisschen mehr Eisen mitnehmen. Eine Eisenrüstung wäre auch schon was schönes. Ja, ich sehe schon, wie ich verhungere. Ja, ich sehe schon, wie ich verhungere. Aber hier gibt's nirgendwo Eisen, ey. Scheiße. Eisen gibt's schon, aber alles andere nicht. Mann, meine Maus. So, ich bau das Ding mal auseinander und renn mal runter. Sind meine Fackeln? Wo sind meine Fackeln hin? Sind die alle? Da steht ein Creeper. Da ist Eisen. Aua, jetzt hab ich Schaden bekommen. Da ist ein Pilz. Ha! Ich hab'n Pilze von. Oh, der bringt mir jetzt nicht viel. Da sind noch mehr Pilze. Da sind die roten Pilze. Oh. Ich hör'n. The Mars of Destruction in der Kirche. Gute Spinne. Die Frage ist jetzt... Was? Böse? Was? Böse? Ja. Dort ist Gold. Hm. Das ist auch bitte. Was? Du hast... Du findest... ...die ganze Nessourcen, die du eigentlich benötigst. Du kannst es aber nicht holen. Weil... Du fast am Verhungern bist. Genau das. Scheiße, seit Maiken jetzt am günstigsten. Du hast nichts zu essen, oder? Leider nein. Doch, ich hab's auch. Die können die fressen, aber. Kannst du zusammen essen? Nein. Wollte schon sagen. Komm, was zeigt jetzt zu dir. Mach mir doch keine Hoffnung. Scheiße, komm ich jetzt auch wieder raus hier aus der Scheißhöhle. Einfach hochbauen wir. Ich hab noch fünf Hungerbalken, hab ich noch. Also fünf. Nein, zweieinhalb. Oh. Oh, ich hab... Ich hab Eisen gewohnt. Toll. Ich krieg mir wahrscheinlich nicht mehr viel mit Eisen. Oh, das muss reichen, was ich hab. Toll, jetzt hab ich ein paar Pilze und bringt mir trotzdem nichts. Ich will weg, hier. Oh, ein Schwein, ein Schwein. Ich seh'n Creeper. Und Hydra! Geh mir spinnen und was zuerst noch raus, ne, was? Ne, doch. Ich bin da oben, oder bist du vergiftet. Achso, ne, ich bin da oben, ist doof. Ich seh' schon hier nichts, ey. Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Kann ich mich nicht irgendwie in einen Angel bauen, oder sowas? Kannst du ja? Ich brauch einen Faden. Ja, ich hab einen Faden gerade gefunden. Ich hab keine Spinnetöte. Zwei Faden hab ich jetzt. Ich hab einen Faden gerade gefunden. Ich brauch einen Sticky-Board-Beugner für Sticky-Board, ne? Sticky-Board, ja. Gott, ich brauch nur einen Ofen. Ich brauch nur einen Ofen. Warte, Fleisch! Ich war nicht mit dem Faden, wie ging denn das? Oder mit einer Angel? Äh, drei Stöcke und drei Faden? Oder zwei Faden nicht rein. Ich hab keine Ahnung, oder? Nur die eine Angel gebaut. Ich bin jetzt scheiße. Ich werde jämmerlich verhungern. Also wenn ich jetzt meine Höhle wieder finde, dann kann ich mal backen auf jeden Fall. Ich wollte erstmal eine Rüstung, die mir wahrscheinlich nicht lange nicht viel bringen wird. Aber ich hab's erst mal. Gott, ey. Ist das erbärmlich oder ist das erbärmlich? Geht man drauf, weil man... Nicht, weil man getötet wurde, weil man einfach verhungert ist. Quasi Walking Dead für Arme, was, ne? Ja, ja, ja. Von, ich seh überhaupt gar nicht durch, wo ich hier raus muss. Aua. Jetzt geh ich sogar noch Fallschaden. Ist ja clever. Da ist der Höhlenausgang. Oh, hier ist nochmal Eisen. Oh, jawoll. Oh, ist das duster. Aber ich hab auf alle Fälle schön... Oh ja, ey, ich hab mehr Fleisch. Ich hab schön viel Eisen gefunden. Gott sei's gedankt, ey. Er hat noch viel Eisen übrig. Oh, nachtisch schon draußen. Nachtisch schon, ja. So, jetzt hoffe ich gleich, dass ich irgendwo was zu essen finde sonst. Blumen, 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 blumen. Wasser? Also, wenn du Holz hast, hab ich was für dich auf jeden Fall. ich habe die wasser aber ich sehe nicht zu essen wüste ist scheiße das scharf aber scharf bringt ja nichts zu essen scharf bringt ja nur wolle scheiße scheiße mein Kompass zeigt zu dir super das ist ja grandios du bist ja wenigstens in der Nähe voneinander ich brauche trotzdem was zu essen also ich habe noch einen hinteren wenn du zu mir findest das wäre natürlich bombastisch ja mein Kompass zeigt zu dir also wenn du oben bist ich bin gerade oben, ich renne gerade oben über die Wiese ja und ich sehe hier Schafe aber bleib da stehen wo du bist ich bleib jetzt einfach hier stehen brauchst du keine Nahrung irgendwie baut er bei mir die Ticks da sind Pilze aber die sind in der Höhle drin also irgendwie baut er bei mir die Ticks zu und ganz ganz hässlich nacherst Köln Zombie warum hast du dich jetzt krass ich steh hier rum, ich steh hier oben drauf ja klopft, ja jetzt hier, ja 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 ich hab nur zwei eins, zwei da was, danke, oh, danke aber ich würd's dir raten sie zu kochen ja, ja, seh ich grad schnell, 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 schnell oh, leucht man mal wacht soll man schnell ein Bett bauen? glaub ich, dass es so direkt funktioniert ein Bett bauen wieso ja, ich mein, weil noch ein paar andere Leute leben ach so ja ja ja, ich konnte Hühnchen grad zweimal benutzen ach ne, es waren zwei Hühnchen naja dankeschön nein, kein Problem ähm das ist mir schon mal richtig geholfen jetzt erstmal du brauchst ein bisschen Eisen oder sowas? ich hab noch viel übrig ich brauch erstmal was zu essen ja, das bin ja auch relativ so wollen wir eine Farm anbauen? 15 Player sind noch übrig 15? ja sind wir noch richtig gut dabei ja gut, wir verstecken das noch mal mit da aber überleg grad, ein Feld anzubauen ist los da kommt einer, da ist einer brauch mal Hilfe ich bin, ich bin Wanderst was der kommt jetzt der holt mich kaputt dann kommt was zu mir zurück dann kommt zu mir der holt mich kaputt weil der finde jetzt ist meine jetzt versagt meine Maus sogar noch jetzt ist es vorbei nein verloren wurde ich kaputt gehauen tja ich glaub wird Zeit für eine neue Maus scheiße ja das war Hunger Games voll Fail aber wir waren unter den letzten 15 und ich wünsche dem Mechanic noch viel viel Erfolg ich wünsche euch ein schönes Jahr 2013 ja und wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder bis dahin Tschüssi Korski Korsdivis Korsdivis mit auf õ Bis zum nächsten Mal.